Was geht ab, liebe Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video hier wieder auf meinem Kanal mit Max auf der linken Seite. Und heute gibt es was ganz Besonderes. Du hast wahrscheinlich gar keine Ahnung, was auf dich zukommt. Wir müssen jetzt, Tayo ist hinter der Kamera, wir müssen jetzt YouTuber erraten anhand von Emojis. Es sind immer vier Emojis und wir müssen erraten, welcher YouTuber damit gemeint ist. Okay. Hast du das schon mal gemacht? Nee. Aber darf man immer wieder raten oder nur einmal? Nein, 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 man darf schon immer wieder. Bis der Punkt da ist. Gut. Okay. Ich muss noch mal ganz kurz hinzufügen, dass wir 19.13 Uhr haben und unsere Bahn 19.23 Uhr kommt. Geil. Perfekt. Dann Taxi. Gut. Schaffen wir das dann? Machen wir im Schnitt dann. Machen wir im Schnitt dann. Okay. Und das geht's. Ron. Ron Bilecki, ja. Der hat einen Punkt genommen. War das Ron? War das Ron? Nee, aber Ron ist der Ron. Okay. Okay. Ron, du musst aber auch ein bisschen lauter hinter der Kamera sein. Punkt für Max. Ja, 1-0 für Max. Alter. Ja, krass. Okay, aber du hast auf jeden Fall schon mal Prinzip gecheckt. Ja, ja, klar. Okay, klar. So. Äh, Niki. Ja. Was? Jo, jo. Ja, natürlich. Guck doch mal. Studiert. Studiert. Du schaffst die Bücher. Die Krücke. Die Krücke. Ja, okay. 1-1. Was? Ich dachte, die Krücke. Ich dachte, du fügst nur ein Rewi gedacht. Mein Bruder hat auch, weil du assig. Ja, aber Rewi ist nicht schlau. Ja, stimmt. Und Nummer drei. Tim Gabel. F**k, ja. Die Couch und das Punkt. Und die Gabel. Ja, ja. Messer und Gabel. Das wäre vielleicht einfacher gewesen. Ja, einfacher gewesen. Äh, Monte. Monte, scheiße. Hä? Das war jetzt so auf. Ja, du. Das ist so auf. Ja, ja, ja. Also am Rentner hast du Monte erkannt? Ja, also die Kombination aus Rentner und Casino, klar. ACHTAUSEN EURER! Alles klar. Also das Monische sieht nicht aus wie Monte, aber wer soll das sein? Prank Bros? Ja. Was? Warum Prank Bros? Das habe ich jetzt einfach nur erraten. Okay, also erstens, ähm, die zwei. Ja. So. Schokolade. Die Schokolade. Wegen was dann? Wegen vielleicht... Oh, scheiße. Ey, Jufs. Bleib, ja. Hättest du dich jetzt nur bei ihm entschuldigt? Jofi und Tyler, gute Kamera. Oh, was, was war die Schokolade? Wegen, äh, diesem Burger ASMR, das Essen. Ah, jetzt. Okay, jetzt, jetzt. Okay, wir haben keine Zeit, weiter. Kein Geld. Insko? Controller. Sneaker und Rot. Upper Red. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, kein Geld und dann noch Red. Nur, alleine nur 30% von einer Firma, an der ich beteiligt bin, ist mehr wert als alles, was du wahrscheinlich gesehen hab gefühlt. Ja, smart. Aber da muss man jetzt aufpassen, weil sonst wird's hier auch an der Stelle heißen Tayo. Vor der Kamera, hinter der Kamera, scheiß Mensch. Oh, stimmt. Also, wenn ich jetzt den Punkt mach, dann ist es mit Abstand das schnellste Video. Was steht auf der Uhr? Drei, jetzt vier. Okay, weitermachen. Comeback. Okay. Knossi. Ja. Scheiße. Aber warum Rollstuhl? Aber warum Rollstuhl? Ja, sagt man nicht, dass er eine Behinderung hat? Ja, aber man sagt ja, ich hab, nein, nein, ich hab nur gedacht. Ich dachte so Casino-Krokodil, ja könnte Knossi sein, aber ne. Warum Rollstuhl? Ja, die hab ich auch einfach gehört. Hier kommt so ein Disclaimer. Gut, weiter. Mach je Bauer. Ohhhh. Warum? Das ist gut. Wegen Mekka, wegen Ruhr und wegen, äh, hier Ding, also wegen Kaba. Ne heißt's hier? Wolle, der Trimex hier. Wolle, der Trimex hier. Das Mochi und rechts unten kenn ich nicht. Das links oben ist das in Arabien. Nicht schlecht, ich wär wieder am Schnauze halten. Ach, du hast es wirklich an dem Mann, an dem Mochi mit dem Schnauze? Ja, die Smoky hat er an. Das war's. Das hat mir gereicht. Der ist gut. Der ist gut. Äh, Speed? Eishow Speed? Ja. Oh, der ist gut. Eishow Speed. So. Oh ne, ich sag's mal lieber nicht. Ich wollte schon wieder sagen, du hättest einen dunkleren Emoji eigentlich benutzen können. Aber heute bin ich wieder wütend. Ach so. Was macht das so für rassistische Wiese? Wenn wir im Video sind hinter der Kamera, brauchen wir noch Kamera zu. Das ist doch geil, Rassismus. Das ist doch einfach. Hä? Ich weiß nicht. Das ist aber sowas. Das ist 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 sowas. 5-4. Ja, 5-4. Krass. Ja, manchmal. Tate Kassa, bitte. Ähm. Shirin David. Ich kenn keiner. Bibis Beauty Palace. Fuck. Richtig. Wegen Burg. Palast. Ja, Palace. Gut, 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 gut. Gut, ich würde mal sagen, 6-4 war wirklich noch knapp. Das mit Abstand schnellste Video, was gedreht worden ist auf meinem Kanal. Finde ich gut. Wie fandest du das Format so? Bisschen rassistisch, aber auch weiter. Wie rassistisch würde ich einfach nur sagen. Hätte im Hut, hätte ein bisschen dunkler sein müssen. Das ist praktisch. Rassistisch. Aber das ist deine. Ey, geile Video. Ja, krass. Ja, krass. Also, ich hätt's so nicht gemacht, ob er es war. Okay, war immer ein witziger Ansatz. Ja, sehr gut. Okay. Gut, in dem Sinne, schaut bei Max vorbei. Und in der Beschreibung ist da natürlich verlinkt. Vielen Dank an Tayo, vielen Dank an Jovi. Ich beabschiede mich. Ja. Du fährst dann alleine nach Hause. Ich will mich fahr alleine nach Hause. Jojo.